Guten Morgen, das ist Ihr Versicherungsfunk-Update für Donnerstag, den 3. März, präsentiert von eBepro, die Lösung für Bestand und Provision. Lebensversicherung. Rentenfaktor im Sinkflug. Die Lebensversicherer in Deutschland haben den Rentenfaktor fast ausschließlich nach unten korrigiert. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des Analysehauses Franke und Bornberg. Im Vergleich von 2022 zu 2021 sank der Rentenfaktor im Marktschnitt von 29,09 Euro auf 25,97 Euro, ein Minus von 10,73%. BaFin. Hauptrisiken im Fokus. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat für 2022 sechs Hauptrisiken der deutschen Finanzbranche identifiziert. Aus der Sicht der Aufsicht handelt es sich dabei um Risiken aus dem Niedrigzinsumfeld, aus Korrektoren an den Immobilienmärkten, aus signifikanten Korrektoren an den internationalen Finanzmärkten, aus dem Ausfall von Unternehmenskrediten, Cyberrisiken und Risiken aus unzureichender Geldwäscheprävention. Mit diesen Risiken will sich die BaFin prioritär befassen. Hiscox präsentiert Jahresergebnisse 2021. Die Hiscox Group hat im Jahr 2021 die gebuchten Bruttoprämien um 5,9% auf 4,3 Milliarden US-Dollar steigern können. Der versicherungstechnische Gewinn von 215,6 Millionen US-Dollar ist das stärkste seit fünf Jahren. In Europa seien die gebuchten Bruttobeiträge um 18,2% auf 322,8 Millionen US-Dollar geklettert. Swiss Life steigert Ergebnis deutlich. Die Swiss Life Deutschland hat im vergangenen Jahr die Prämieneinnahmen um 4% auf 1,3 Milliarden US-Dollar steigern können. Das Segmentergebnis sei sogar um 36% auf 228 Millionen US-Dollar angestiegen. Policen Direkt meldet Rekordzahlen. Die Policen Direkt Maklergruppe hat im vergangenen Jahr per Maklernachfolge im Schnitt einen neuen Bestand pro Woche übernommen. Die Größe der übernommenen Bestände habe zwischen 5.000 und 400.000 Euro pro Etageumsatz pro Jahr gelegen. Der Privatkundenanteil am Bestand liegt aktuell bei 90%. BCA schafft Zugang zu Riester Netto-Tarifen. Der Maklerpool BCAAG stellt seinen Partnern Zugang zu Riester Netto-Tarifen bereit. Dies solle über eine Kooperation mit netto-riester.de erfolgen. Der Dienstleister aus Goslar hat mit Alte Leipziger, die Bayerische und Volkswohlbund drei Partnergesellschaften an Bord. Und das war ihr Versicherungsfunk-Update für Donnerstag, den 3. März. Präsentiert von IB Pro. Die Lösung für Bestand und Provision.